Moin, hier ist der Peter, euer Stuckateur. Ich bin zwar gerade mit dem Badezimmer fertig, oder schon die Sau, ich lade jetzt in, aber hier bin ich direkt auf Fliesengehen, das nennt man Mikrozement, das nennt man fugelloses Badezimmer oder Betonoptik im Badezimmer, da das die Flies, aber hey, die Wände, ja? Was habe ich gemacht? Die Wände grundiert mit dem Spezialmörtel, dann den farblichen Mörtel, Zwischenschliffe, was haben wir noch einmal, die Versiegelung, dann Verfestigung nenne ich es jetzt, ich habe es nicht dafür erhärter genannt, Verfestigung und Wachse, ja? Und ja, Silikon muss ich nicht erklären, grundfältig. So sieht das aus, der Boden einen Ton dunkler und die Wände einen Ton heller und ja, viel Spaß beim Gucken. Moin, hier ist der Peter, euer Stuckateur. Ich bin hier in einem Badezimmer drin von einem Kunden, das ist eine Mietwohnung und da gibt Kunden, den kenne ich schon was länger, ist ja, was ob. Den Kasten habe ich schon gemacht, den Trockenbaukasten, der hat noch Reste, Fliesen im Keller, ne? Musst du die verarbeiten? Ne, wunderschön. Finde ich auch wunderschön. Warum denn nicht? Warum soll das alles im Keller verjammeln? Alles klar. So, was machen wir hier? Das ist so eine Spachtel-Technik, die man im Duschbereich, im Nassbereich benutzen kann, ja? Da ist so, keine Ahnung, zwei, drei Millimeter Auftrag, Feierabend. Muss das alles abgewaschen werden, also entfettet, ne? Also, damit da keine, ja, Haftverminderung drauf sind. Du mal das abwaschen, Silikonfugen machen wir raus. Den Boden werden wir auch beschichten. Ich bin ehrlich, ich mache das zum ersten Mal, das mit diesem Material. Ich gehe mal so einen kleinen Runden, dann können wir das Badezimmer ausziehen, ne? Und, äh, so. Dann kommen dann später die Duschkabinen wieder ran. Ähm, also zum ersten Mal mache ich das. Ähm, ja, ich lasse mich da selber überraschen. Ich habe gesagt, kannst du mich einholen, der das schon mal gemacht hat? Du machst das Feierabend. Ich vertraue dir voll und ganz. Dann tun wir in dem Badezimmer, tun wir üben, ja? Und beim nächsten Badezimmer, bei sich zu Hause, ne? Dann machen wir, dann hast du was gelernt und dann machen wir das richtig. Ich so, Dankeschön für die Zeit zu üben. Ja, dann fange ich jetzt an, ne? Also, so sieht das los, den Kasten, also dieser Hybridkasten, ob wir die Dinger hängen, setzt mir ja ein WC-Kasten, Ständerprofil, lässt nicht gesehen, mit Trockenbau verkleidet. Das wird aber gefließt, weil wir die Fliesen noch, äh, hey, warum sind sie? Weil sie noch übrig hätt. Und, äh, ja, die, die Decke bleibt, so wie sie ist, aber der Boden und das Ganze, alles beschichtet, wie sie so einem, so einem Grau. Und, äh, ja, kann ich jetzt alles holen. Silikon aufmachen. Uah, ach, alles gut, ne? Gehen wir hin. Ich bin sich spannend, ob das Zeug, wie sich das verarbeitet lässt. Einfach viel Spaß beim Zoo, Künke. Bis dann. Mir wurde gesagt, ich muss jetzt hören, was der Hersteller sagt, Silikon erstmal entfernen, ne? Nehmt dann eine neue Klinge, immer, wie gesagt, das ist dann einfacher, ich muss mir jetzt noch die Schutzbrille holen, weil wenn so eine Abbrechklinge abbricht, so klingen und dann ins Auge rein, hab ich glaube schon mal erzählt, das tut Aua, ne? Das müssen wir erstmal machen, erstmal Silikonfugen raus, dann schön alles sauber machen, dann decke ich mir, äh, die Wanne ab, die Mascharbeit einmal mit sauber. Da sieht man nämlich hier die ganzen Rückstände, die alten, wo die Duschkabine war und dann decken wir dann ab und dann passt das alles, ne? So, gut. So, Schutzbrille an und ab dafür, ne? Ich muss ja jetzt nicht aufpassen, dass ich die Fliesen zerkratze, weil, äh, die werden ja beschichtet, ne? Wenn man jetzt Silikon entfernt und, ähm, nur neue Silikonfugen erstellt, ne? Dann muss man da ein bisschen aufpassen, dass man die halt nicht so sehr zerkratzt. Da kann man auch andere Mittel nehmen, Silikonentferner oder sowas, oder gibt's so spezielle Werkzeuge im Baumarkt, ne? Äh, möchtest du mal gucken, ne? Ich mag diese so, ist für mich am schnellsten. Ähm, und wenn ich, wenn so zwei Dinger, äh, abgebrochen, also zwei Abrechtlinge, da sind ja diese Kerben drin, ne? Dann brechen wir dann ab und dann geht es wieder Feierabend. So, mach ich mich krummig, jede zwei Methoden, wie man das abbrechen kann, hinten ist ne Kerbe drin, ne? Dann kann man das, äh, nehmen wir das hier auf. So, Moment. Holt das Messer so raus. Und dann steckt man das hier, so, sagen wir mal so, wenn da keine Dreck dazwischen ist, ne? So, so. Und dann kann man das so, ping, bisschen näher, so. Mensch, du! Hier fummelt's hin. Und dann, klack, hat man das abgebrochen. Oder ich mach das manchmal auch mit dem Zollstock. Nehm ich mir den Zollstock. Nehm ich dann mal hier so zwei weg. Jetzt nur noch einen. Klemme das. Dann hab ich das auch. So, habt ihr gesehen? Ganz einfach, ne? Wie er dann im Endeffekt, wie er das im Endeffekt alles macht, nur nicht mit den Fingern brechen, ne? Wie gesagt, das ist ne scharfe Klinge, ne? Man hat keine Blödsinn. Was ich noch sagen muss oder kann, jetzt sag ich jedes Woche, ne? Wie gesagt, zieht euch eventuell sogar Handschuhe an beim Silikon entfernen. Warum? Ich muss erzählen, hier, das sind ja geschnittene Kanten hier, ja? Und wenn ihr da mit den Fingern jetzt so das sauber macht, ne? Macht das nicht. Nehmt entweder einen Lappen oder hier, ich hab hier so einen, so einen kleinen Handbesen. Oder schiebt den Pullover vor die Finger und dann geht ihr da vorbei, ja? Bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Tut euch selber gefallen. Tut euch noch gefallen. So. Jetzt haben wir jetzt die Platte, wenn man die reinigt, äh, das Material hab ich jetzt ans Angemisch. Gehe Wasser, das ist alles so speziell für euch. Mikroxen, wenn man nennt sich dann grober Begriff. Und dann kann man jetzt auch komplett drüber machen. Dann muss man die erste Schicht, Zwischengeschleif. Zweite Schicht, Zwischengeschleif. Und so wieder. Steht da vorne in der Beschreibung. Zum ersten Mal, ich gucke und zwischengeschleif. Können Sie sich sparen wie das Ganze aussieht. So. Ich hab Affen genommen. Wenn man mal die Korte sieht, liegt das daran. Ich hab 5 Kilo Affen. Ja. Der jöse Muschere noch machen. So. Dann gucken wir mal. So. Das Material zieht schon mal den Eimerhub an. Denken Sie an der Besch. Aber ich spreche auf der Arte. So. Ohhh, all right. Ah. Ao manera machbar. So. So. So, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt habe ich das erste Mal aufgetragen. Ich habe gemerkt, ich muss das Material einen Ticken dünner anmachen. Ihr habt ja gesehen, da war dieses Flies und Fries in anderen Farben, meistens ein bisschen tiefer. Da konnte ich das Material dann da schnell verarbeiten. Hier einmal rechts rum, könnt ihr sehen hier. Da oben war das Fries ja auch. Und jetzt weiß ich, dass ich das Material ein Vizelchen dünner machen muss. Und ich dachte, es rüscht ein bisschen wie ein Ammoniak, das Zeug. Also man merkt schon, dass da irgendetwas Chemie drin ist, damit das da drauf hält. Und ich bin so spannend, wie sich das wieder Farbe löst. Wie gesagt, so geht's dem Morgen. Wisst ihr, was sagt der Frau? Das geht's dem Morgen immer wie. So, zweiter Anlauf. Ich habe das Material ein bisschen dünner angemacht. Zweite Klappe alles. Ich strecke mir die Händenschuhe an bei dem Zeug. Ich weiß nicht, dass man das normalerweise abends schließt. Ich schließe es ohne. Krieg mal alles hin. Kommentar los. Achter für. Krieg mal alles hin. Krieg mal alles hin. Krieg mal alles hin. Krieg mal alles hin. Wie ihr seht, jetzt habe ich jetzt jetzt mal viel gespachtelt. Da oben, den Streifen mache ich jetzt gleich noch. Und wenn das so am anrühren ist, soll ich das ein bisschen bei mir schliefern. Und dann passt das Ganze. Und dann geht der nächste Schritt. Ich hoffe, die Ferse wird so hellgrau. Weht die Wände. Wie in die Wände. Und den Boden habe ich noch nicht gemacht, den mache ich am Schluss. Weil, seht ihr ja, wenn ich jetzt den Boden mitmache, der wird dunkelgrau. Das versaut ja alles. Das versaut ja alles. Deswegen mache ich jetzt die Wände. Und ja. Und dann tue ich eine Platte. Mit der Fliese. Hab ich schon gesehen. Und ja. Also ist ein bisschen, muss man sich dran gewöhnen an das Material. Kann man schlecht sagen. Ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Da wird jeder am besten zurecht. Irgendwas, was ich sagen kann. Wenn ihr über die Fugel hört. Wie zum Beispiel hier. Ihr habt immer diagonal. Ihr habt immer diagonal drüber. Weil wenn ihr nämlich so hört. Man nennt ja auch die Querfugel. Wenn ihr so hört. Dann geht immer die Fugel. Der Quer hat beim ersten Mal den Übergang schon besser hingekriegt. Und dann ist beim zweiten Mal weniger Welle drin. Ja. Alles klar. Das ist ein Tipp der ich hier bekannte. Aber wie das Material jetzt hundertprozentig super verarbeitet wird. Kannst du noch nicht sagen. Das sagst du vielleicht am Schluss. Oder. Das ist gut. Ne. Was ich sagen kann. Versuch. Das hast du neu. Der Spruch ist mir neu eingefallen. Nach dem Kacken. Für dem Essen. Hemmschenwäsche. Nicht vergessen. Hahaha. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Ich bin vorhin. Wohin Chaos. Es ist gut. Es geht.